Herzlich Willkommen zur Nummer 15, die Bestie steckt im System. Ganz einfache Kugel, wir kennen die aus Bahamut. Einfach, ja, diese Kugel hat einigen Leuten wirklich damals Kopfzerbrechen bereitet. Einschließlich mir, weil sie war einer der genüsslichen Gegner. Wir buffen erstmal komplett durch, springen sie an und machen einmal Full Damage. Die hat ein paar schöne Mechaniken drauf, also bisschen was aus T1 bis T12. Hochstrom, das ist die Attacke die man lernen kann, weil man sie durchgehen lässt. Also man kann sie von dem Viech lernen, ohne Witz, habe ich nicht gewusst, aber ich erzähle es euch jetzt. So, jetzt kommen hier Ads, die muss man am besten erstmal den Schadens-Plus-Buff wegnehmen. Ansonsten macht er zu viel Damage und dann ist man tot. Der Kugel muss man allerdings parallel auch ausweichen. Am besten kann man sie auch beide attackieren, weil die Kugel bleibt immer mittig der Map. Da kommt nochmal Hochstrom, ich habe es jetzt gestumpt. Aber im Nachhinein weiß ich ja jetzt, dass man es kriegen kann. Und da sollte man sich das dann auch holen, wenn man es kriegen kann. Der ist etwas nervtötend. Es dauert halt ewig. Zack. Da muss man beim Boss mittig stehen, wenn die Attacke da kam. Ansonsten kriegt man Damage. Also im Prinzip kann man sich immer beim Radius des Bosses aufhalten. Hochstrom, ich stunts wieder. Das heißt, der Skill kriegt meine Freundin nicht. Ich mache wieder weiter Damage. Rückstoß-Kanone, da stoßt einen im Prinzip raus. Muss man auch aufpassen. Sollte man nicht drin stehen bleiben. So, dann machen wir da Blutung drauf. Schieber-Skill. Wawana-Skill. Jetzt kommen die zwei Schlangen. Wenn man eine tötet, stärkt man die andere. Da muss man auch drauf aufpassen. Hochstrom. Ich stun das natürlich wieder. Weil ich es halt nicht gelernt habe. Was mich auch persönlich ein bisschen ärgert, dass ich das erst später herausfuhr. Aussehen. Jetzt explodieren die beiden. Und dann gibt es einen Buff. Eigentlich gibt es halt einen Buff für uns. Aber in dem Fall... Gott sei Dank nicht. Bei der Attacke sehen wir immer, dass irgendwo so ein V ist. Diese Attacke gibt es auch bei Biakko. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Bei Biakko ist unsichtbar hier nicht. Der Laser schießt einfach mal zu. Und mehr macht die gute Dame hier auch nicht. Jetzt macht sie wieder Hochstrom. Hätte man ja mal durchgehen lassen können. Rückstoßkanone einfach weggehen. Die Attacke ging voll nach neben. Sturmt da zur Störung. Da sollte man immer rangehen am Boss. Weil der hat einen Radius, der nach außen geht, nicht nach innen. Heilen wir uns kurz hoch und dann machen wir alle Skills wieder benutzen. Da kommt wieder Hochstrom und ich stun es. Anstatt dass man einfach in den Diamantenrücken geht und sie ertragen lässt. Dann kann man den Skill auch lernen. Ich habe es nicht gelernt. Ich habe es nicht mal mit meinem Amcha gelernt. Was ich noch machen muss. Was sehr sehr wichtig ist, weil ich will den Skill haben. Weil man möchte ja gerne alle Skills haben. Und Was jetzt Sense im Gelände. Die Gute ist weg. Oder das Gute. Hochstrom. Down. Ich bedanke mich. Viel Spaß. Damit.